Freunde, ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was mich sehr auf die Palme bringt, wenn ich sehe, was einige Menschen von sich geben. Wir sehen momentan auf TikTok viele Frauen, die ihre Haare abschneiden, ihre Haare abrasieren oder auch ihren Kopftuch verbrennen. Dann öffne ich TikTok und sehe zu meinem Erstaunen so ein Video. Ich kann nicht betonen, wie ernst die Lage derzeit im Iran ist und dass sie sich verschlechtert hat. Dann müsst ihr euch vorstellen, dass man so ein Video vorfindet. Ich frage mich, ob so ein Video witzig sein soll. Wenn ja, dann sagt mir bitte, an welcher Stelle ich genau lachen soll. Dann können wir zusammen lachen. Das Traurige ist, wenn man sich die Seite der Person anschaut, sieht man, dass sie in irgendeinem Video ein Kopftuch trägt und in irgendwelchen anderen Videos wieder kein Kopftuch trägt. Und du denkst dir, wie privilegiert kann man eigentlich sein? Und traurigerweise, Leute, ist diese Person auf dem Video kein Einzelfall. Ich sehe auch Hijabis, also die gläubig muslimisch sind, die sich darüber aufregen, dass iranische Frauen ihren Kopftuch verbrennen. Ich sitze also da, ich schaue mir die TikToks an und ich fasse mir an den Kopf und denke mir, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Menschen, die in so einer Situation solche Sachen von sich geben, sich null, wirklich null mit der Geschichte des Irans auseinandergesetzt haben. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung, was in den letzten Wochen passiert ist, damit ihr besser anschließen könnt. Asa Amini war gerade mal 22 Jahre alt und sie wurde von der Religionspolizei festgenommen. Ja, im Iran gibt es die Religionspolizei, die ganz genau darauf achtet, wie du dich als Frau anziehst. Das bedeutet, du musst dein Kopftuch richtig tragen, genauso wie solltest du dich bedeckt kleiden. Es gibt kein Crop Top oder was auch immer. Asa Amini war dann nach der Festnahme drei Tage im Koma und ganz plötzlich starb sie. Ihre Eltern sagen dazu, dass sie ein kerngesundes Mädchen war und keine Probleme hatte, keine gesundheitlichen Einschränkungen. Man hatte die iranische Regierung dann daraufhin konfrontiert und wisst ihr was? Die sehen absolut kein Fehlverhalten ein. Naja, bis dann die Wahrheit rauskam und dann auch einige Untersuchungsbilder veröffentlicht wurden, stellt sich heraus, dass die Polizei ihr mehrmals auf den Kopf geschlagen hat. Also was ist dann passiert? Es gab immer mehr und mehr Frauen und mehr Videos vor allem, die wir alle, denke ich, schon gesehen haben, wo Frauen auf die Straße gingen, ihre Kopftücher verbrannt haben. Wenn sie von Männern angesprochen werden, dass sie ihre Kopftücher tragen sollen, dann haben sie sich ganz offensichtlich widersetzt. Unglücklicherweise blieb es nicht nur bei dem Tod der 22-jährigen Masa Amini, sondern es folgten daraufhin auch weitere Tode von junger Frauen, die auf die Straße gegangen sind, um für ihre Recht einzukämpfen, weil sie nicht unter der Diktatur leben wollen. Und ich sage euch, die Menschen, die dort leben, wünschen ihrem Diktator den Tod. Da schreien sie auch auf den Straßen. Und wisst ihr, was das iranische Regime dann gemacht hat, als sie festgestellt haben, scheiße, das Ganze läuft aus dem Ruder, immer mehr Menschen gehen auf die Straßen in vielen Städten und demonstrieren und das ist keine ruhige Demonstration. Wisst ihr was? Das iranische Regime stellt das Internet ab. Der Grund, warum das gemacht worden ist, ist, um Ruhe einzubringen. Wie bringt das iranische Regime Ruhe ein? Das bedeutet massenhaft Zwangsverhaftungen sowie Morde. Ganz viele. Ich meine, da sind unendlich viele Videos geleakt worden, wo die Polizisten ganz offensichtlich richtig grausam vorgehen. Wenn man selbst nicht dort ist, kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie schlimm die Situation, wie bedrohlich die Situation wirklich für die Frauen dort ist. Weil das iranische Regime alles versucht, um diese Menschen irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Dann sehe ich Menschen im Internet, die dann sagen, hä, warum spitze ich dann jetzt das Ganze zu? Das war im Iran schon immer so. Ja, es ist Fakt, dass du dich im Iran als Frau bedecken musst. Mit Kopftuch und bedeckter Kleidung. Also so dürftest du ganz offensichtlich nicht rumlaufen. Selbst wenn du als Stewardess das Land betrittst, sobald du dich auf iranischem Boden befindest, musst du dich bedecken. Wer das nicht machen möchte, der kann damit rechnen, dass ihm sehr harte Strafen drohen. Gefängnisstrafen, das ist kein Zuckerschlecker. Okay, wir reden nicht von einem deutschen Gefängnis. Und natürlich wirst du dann auch noch mit deinem eigenen Leben bedroht. Wenn wir uns heute mit Masa Amini beschäftigen, dann können wir dabei nicht die Vergangenheit komplett außer Acht lassen, sondern wir müssen kurz in die Vergangenheit eintauchen, um zu verstehen, warum der Iran jetzt da steht, wo er steht. Freunde, und jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Eine sehr große Rolle, warum die Frauen unter dem islamischen Regime leiden im Iran, ist, weil die amerikanische CIA-Coup 1953 Iran intervenierte. Warum? Weil sie nämlich mitmischen wollten, wer an oberster Spitze im Iran ist. Sie wollten, dass der Schar seine Macht wieder zurückbekommt. Warum? Weil der Schar im Interesse der Briten und der USA handeln sollte. Warum das Ganze, haltet euch fest, für Öl, Freunde. Es ging eigentlich nur um Öl. Letzten Endes, Öl bedeutet Geld. Iran ist nämlich reich an Bodenschätze. Iran ist ein sehr, sehr reiches Land. Nicht ohne Grund hat der Schar in der Vergangenheit die fettesten Partys gefeiert, die übertrieben teuer waren. Nur jetzt weiß der Iran nicht, wohin mit seinen Bodenschätzen. Warum? Weil niemand die Bodenschätze abkaufen will. Da spielt auch die USA eine ziemlich große Rolle, weil die USA nämlich auch Einfluss auf andere Länder hat und andere Länder sagt, okay, das dürft ihr von denen abkaufen und das dürft ihr nicht von dem Land abkaufen. Deswegen befindet sich der Iran auch momentan in dieser sehr, sehr schwierigen Lage, in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. Die Inflation im Iran ist momentan sehr, sehr hoch, liegt bei 50 Prozent zum Vergleich. Ich glaube, in Deutschland liegt man momentan manchmal bei 8 Prozent. Wenn ich mich nicht irre, ich würde es ansonsten hier nochmal einblenden oder ihr könnt es einfach selbst nochmal nachlesen. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe zu erwähnen, als die USA wollte, dass der Schah wieder zurück an die Macht kommt. Die Menschen im Iran waren nicht sehr erfreut darüber, aufgrund dessen, weil der Schah ein Diktator ist. Ich sage euch, alles, was darauf folgte, nach 1953 nennt sich Schmetterlingseffekt. Ganz einfach. Ich sage euch, dass diese Zeit einen sehr großen Einfluss darauf genommen hat, wie die Frauen heute im Iran leben. Wer wirklich mehr erfahren will, der kann sich selbst gerne über die Geschichte des Irans belesen. Es ist super interessant und kann ich nur empfehlen. Was auch ganz witzig ist, dass bei den USA, wenn man sich mit der ganzen Geschichte befasst, dann sieht man auch, dass die USA auf jeden Fall ein Muster hat, wie sie vorgeht, wenn sie Bodenschätze haben wollen. Das betrifft nicht nur Iran, sondern auch andere Länder, die bis heute noch, bis heute noch im Scherbenhaufen liegen. Bevor die amerikanische CIA intervenierte, war es so ruhig im Mittleren Osten. Die USA hat ganz schön für Unruhe gesorgt. Die Geschichte ist unendlich lang. Das würde einfach hier das ganze Video sprengen. Um auf den Punkt zu kommen, vor der Islamischen Revolution 1979 haben sich Frauen im Iran anders gekleidet. Ja, die Scharia herrschte auf jeden Fall auch schon vorher im Iran. Aber nicht alle muslimische Länder haben die Scharia im gleichen Maße eingesetzt. Jedes Land hat das quasi für sich so ein bisschen. Mal hier lockerer, mal da ein bisschen strenger. Versteht ihr? Wenn man zurückschaut in die Zeit, der Afghanistan war, genauso. Die Frauen sind mit kurzen Röcken rumgelaufen, Haare frei. Es war entspannt. Wenn man sich alleine die Werbung von damals anschaut, die Werbung, da guckst du dir das an, denkst dir, du guckst dir eine westliche Werbung an. Nein, Freunde, das war im Iran. Frauen im Iran werden dazu gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Diese politische Situation hat sich über die Jahre zugespitzt. Das, was jetzt mit Masa Amini passiert ist, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Frauen haben die Schnauze voll, okay? Sie wollen nicht mehr unter einer Diktatur leben. Und wenn ihr dann TikToks seht, wo Frauen sich im Iran die Haare schneiden, nicht nur im Iran, sondern überall auf der Welt wollen Frauen Solidarität zeigen, schneiden sich die Haare, egal, ob es hier eine Spitze ist, hier ist oder den ganzen Kopf abrasieren. Es geht darum, um ein Zeichen zu setzen. Es geht darum, Menschen auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Und ja, damit setzen auch die Frauen, die iranischen Frauen im Iran, ein Zeichen, dass sie ihre Kopftücher verbrennen. Sie reißen es sich aus den Köpfen herunter, verbrennen ihre Kopftücher. Es gibt einuroprozentig auch Frauen im Iran, die muslimisch sind und ihren Hijab gerne tragen, weil sie es auch gerne für sich machen wollen. Es geht hier lediglich darum, warum andere Frauen ihre Kopftücher aus ihren Köpfen reißen und dann verbrennen, weil sie es satt haben. Sie wollen nicht, dass ihnen irgendjemand sagt, was sie anziehen sollen und was nicht. Für sie ist es einfach ein Stück Stoff. Wenn mir einige sagen, was soll das Ganze bringen, wenn man Kopftücher verbrennt und sich nur die Haare abrasiert, das macht gar nichts, das rettet den Iran auch nicht. Freunde, falsch. Ihr habt keine Ahnung, was eine Kleinigkeit ausmachen kann. Ich bin wieder beim Schmetterlingseffekt. Wisst ihr, dadurch, dass so eine breite Masse aufmerksam geworden ist, könnte sich tatsächlich etwas ändern. Könnte die USA einschreiten und da helfen? Ja, könnte sie. Wird sie es machen? Höchstwahrscheinlich nicht. Da wäre noch Israel, verhasst mit dem Iran. Ich bezweifle, dass da irgendwas kommt. Dann wäre noch die Türkei da, die dann aber einen Interessenskonflikt hätte. Das wäre wieder eine ziemlich lange Geschichte. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da helfen könnte, den Frauen dort helfen könnte. Das Problem ist, dass die Umsetzung sehr, sehr schwer werden würde. Ich denke oder ich habe Hoffnung, dass das iranische Regime gestürzt wird. Wird es passieren? Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. Ich habe die Hoffnung, ja, aber ich bezweifle es wegen der Stärke des Sicherheitsapparats im Iran. Nach der Frage, wird der Iran je eine Demokratie haben? Ich weiß nicht, ob ich das noch miterleben werde. Keine Ahnung. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir aus tiefstem Herzen. Aber ich kann euch eine Sache dazu sagen. Es wird 100%ig nicht von heute auf morgen passieren. Es wird auf jeden Fall einige Generationen brauchen. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall wichtig, den ersten Schritt zu tun. So, indem man tätig wird, indem man eben sagt, dass man die Schnauze voll hat. Ich meine, als Mama, als Mutter ebnest du quasi die Zukunft der nächsten und übernächsten und so weiter Generationen. Ich habe ehrlich gesagt noch einiges mehr zu sagen, aber das Video ist jetzt schon übertrieben lang. Ich labere schon eine Stunde und ich muss das Wichtigste hier mit reinnehmen. Also muss ich es runterkürzen. Ja, ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.